Was ist die Vorratsdatenspeicherung? Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem DGGS Wochenrückblick. Wir befassen uns heute mit der Vorratsdatenspeicherung, der WLAN-Störerhaftung und unserem netzpolitischen Abend hier in Berlin. Zunächst wollen wir uns mit der Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten beschäftigen. Wie ihr alle wisst, hat ja der Bundestag bereits vor zwei Wochen sein Ja zur Vorratsdatenspeicherung gegeben, mit einer relativ großen Mehrheit. Und nun wird sich der Bundesrat mit dem Thema beschäftigen. Am heutigen Freitag, den 6. November, wird dort darüber abgestimmt. Es gibt zwar Anträge von Thüringen und Schleswig-Holstein, die sich dafür einsetzen wollen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Für diese Anträge wird es aber wahrscheinlich keine Mehrheit geben. Vielmehr wird es so sein, dass der Bundesrat mit großer Mehrheit, ebenso wie der Bundestag, für die Vorratsdatenspeicherung der Kommunikationsdaten stimmen wird. Wie bereits hier schon in anderen Podcasts angekündigt, werden sich dann in der Folge die Gerichte mit der Vorratsdatenspeicherung auseinandersetzen. Wir gehen davon aus, dass sie erneut von den Gerichten kassiert wird, denn sie verstößt klar gegen die Grundrechte. Diese Woche beschäftigt uns erneut die WLAN-Störerhaftung. Es geht darum, dass ich zum Beispiel als Privatperson mein WLAN frei zur Verfügung stellen kann, ohne dass ich für die rechte Verletzung anderer gebührenpflichtig, kostenpflichtig abgemahnt werden kann. Am heutigen 6. November wird sich auch der Bundesrat wieder mit dem Thema WLAN-Störerhaftung auseinandersetzen. Hier gab es im Vorfeld sehr interessante Initiativen aus den Ausschüssen des Bundesrates, beziehungsweise auch von einzelnen Landesregierungen, die sich im Grunde für unsere Idee aus dem Jahr 2012 einsetzen, nämlich flächendeckend dafür zu sorgen, dass WLAN frei zur Verfügung gestellt werden können, ohne dass man Angst haben muss, eben abgemahnt zu werden. Wir hoffen, dass es durch die Diskussion im Bundesrat auch neue Impulse für die Debatte im Bundestag gibt. Dort wird man sich auch mit der WLAN-Störerhaftung auseinandersetzen und Mitte, Ende Januar über ein neues Gesetz abstimmen. Wenn ihr euch auch in die Debatte einbringen wollt, dann geht auf unsere Kampagnen-Webseite und schickt Briefe an die Bundestagsabgeordneten. Den Link dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zum Abschluss unseres heutigen Wochenrückblicks wollen wir noch einen Blick auf unseren netzpolitischen Abend werfen. Auch dort haben wir uns mit der WLAN-Störerhaftung auseinandergesetzt. Monique Meisel von den Freifunkern hat zusammengefasst, was der aktuelle Stand der Debatte ist und was in den kommenden Tagen und Wochen auf uns zukommt. Auch Anna Biselli von netzpolitik.org hat einen interessanten Vortrag gehalten. Sie hat darüber berichtet, wie wir uns im Brüsseler Bürokratiedschungel besser zurechtfinden können und dort zum Beispiel Lobbyismus machen können. Wir haben dazu in der Vergangenheit eine Broschüre veröffentlicht, die ihr auch unten in der Videobeschreibung findet. Die Videos von diesen beiden Vorträgen und den anderen Vorträgen, die auf dem netzpolitischen Abend gehalten wurden, findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn wir uns da auch mal persönlich kennenlernen könnten. Jeden ersten Dienstag im Monat in Berlin in der Seabase. Der Eintritt ist frei. So Leute, das war es auch schon wieder mit unserem Wochenrückblick. Wir freuen uns, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Wir versuchen das dann bis nächste Woche besser zu machen und sehen uns dann eben auch am Freitag wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht's gut! Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.